Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Analyse von Werder Bremen. Denn dort wurde ja bekannt gegeben, dass Frank Baumann seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag als Geschäftsführer Sport nicht verlängern wird. Und somit läuft natürlich auch schon jetzt die Nachfolgesuche. Es ist möglicherweise aber auch intern nicht zwingend überraschend, dass das passieren wird. Deswegen glaube ich, ist man auf dieses Szenario auch bereits gut vorbereitet. Und man wird eben nun in den Prozess gehen, um dann sicherlich auch schon relativ zügig die Nachfolgelösung zu präsentieren, um eben auch dann mittelfristig gut planen zu können. Es wurde bereits über einige Kandidaten gesprochen. Auch ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, wen ich mir denn bei Werder Bremen vorstellen könnte, wer als neuer Manager, als Geschäftsführer Sport passen kann. Das Profil des neuen Mannes wurde ja auch schon durchaus direkt beschrieben. Er sollte auf jeden Fall Werder Bremen ganzheitlich verstehen. Also es könnte sehr, sehr gut sein, typisch Bremen, dass es jemand wird mit grün-weißer Vergangenheit oder jemand, der bereits im Klub angestellt ist. Vor allem wichtig ist hier auch das Thema Scouting, Nachwuchsleistungszentren und auch der Frauenfußball. Also auch das wird im Gesamtpaket beim neuen Geschäftsführer Sport eine Rolle spielen. Ich habe mir genau deswegen mal Gedanken gemacht und fünf Kandidaten rausgefunden als neuer Geschäftsführer Sport für Werder Bremen. Legen wir mit demjenigen los, den ja viele von euch natürlich auch kennen und der natürlich auch schon wiederum von einigen genannt worden ist. Per Mertesacker. Bereits nachdem die ganze Baumann-Geschichte relativ zügig rausgekommen ist, haben schon die Ersten darüber spekuliert, könnte es Per Mertesacker werden. Und ich sage, es ist durchaus logisch, dass dieser Kandidat gehandelt wird. Denn wir haben hier mit Per Mertesacker einen ehemaligen Spieler von Werder Bremen. Er hat ja in seiner Karriere von 2006 bis 2011 an der Weser unter Vertrag gestanden, zuvor bei Hannover gespielt. Ist ja auch gebürtig aus Hannover und somit ja stammt auch aus dem Norden von Deutschland. Seine Karriere hat er ja 2018 beendet. Er ist ja damals dann noch von Bremen nach Arsenal gewechselt, hat dort noch sieben Jahre gespielt. Und eben genau seit 2018 ist er bei Arsenal Leiter der Nachwuchsabteilung. Zwischendurch war er auch mal kurze Zeit Co-Trainer für sechs Spiele, hat aber eben auch dann wieder seine eigentliche Rolle als Nachwuchsboss übernommen. Zudem ist er ja auch parallel TV-Experte im ZDF, wodurch natürlich dann auch viele vielleicht schon mal so ein bisschen einschätzen können, wie denn Mertesacker als Typ so ist. Denn ich finde es immer sehr, sehr schwierig einzuordnen, ehemalige Spieler, wie sie eben auch dann als möglicher Funktionär funktionieren. Bei Arsenal läuft das ja auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Da spielt ja grundsätzlich die Nachwuchsarbeit eine große Rolle. Und wenn einer wie Per Mertesacker diesen Job seit nun mehr als fünf Jahren inne hat, dann wird er diesen auch sehr, sehr gut machen bei einem solchen, ja man könnte fast schon sagen Weltverein, wie es eben auch der FC Arsenal ist. Und da ist eben dann natürlich auch die Thematik, ist es denn eigentlich eine Option für Mertesacker, Arsenal zu verlassen, um zu Werder Bremen zurückzukennen. Ich glaube, hier könnte schon das erste Problem sein. Und ohne jetzt über irgendwelche finanziellen Rahmenbedingungen zu sprechen, die Mertesacker bräuchte, sowohl privat für sich selber, was das Gehalt angeht, aber vielleicht auch als Budget, um wirklich auch handeln zu können als Geschäftsführer Sport, hat er mehrere Male betont, wie wohl er sich in London fühlt, wie wohl sich seine Familie dort fühlt und dass er eben auch einen wirklich richtig guten Job hat. Denn zum einen hat er einen Top-Job bei einem Top-Verein in England, wo man auch vielleicht jetzt nicht ganz so schnell rausgespissen wird als möglicherweise Geschäftsführer Sport. Und deswegen wird das glaube ich schon sehr schwer. Auf der anderen Seite fragen sich natürlich dann auch viele, ja welche Qualifikationen bringt denn Per Mertesacker mit? Und ich finde, da sind schon einige Qualifikationen, denn wenn du fünf Jahre lang Nachwuchsboss bei Arsenal bist, hast du erstmal in Sachen Nachwuchsscouting, Nachwuchsentwicklung extrem was drauf. Zudem ist Per Mertesacker ein Spieler, der eben auch durch seine Zeit in Arsenal sehr viel internationale Erfahrung gesammelt hat. Er hat viele Kontakte und zudem kennt er natürlich auch Werder Bremen sehr, sehr gut. Deswegen ist er für mich ein Top-Kandidat, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen muss. Bei mir schwingt aber sehr viel mit dieser grundsätzliche Zweifel, dass ich irgendwie nicht glaube, dass Mertesacker Stand jetzt Arsenal verlassen wird. Deswegen habe ich natürlich auch nach anderen Kandidaten gesucht. Ich habe auch einen Seinnamen mitgebracht, über die jetzt nicht zwingend in den Medien spekuliert worden ist. Laut der Deichstube ist ein Kandidat möglicherweise aber auch Benjamin Schmedes. Er ist natürlich jemand, der wirklich das Zeug des Sportdirektors über Jahre hinweg nun eben auch gelernt hat. Er ist bereits seit 2014 in den Berufen des Chefscouts, des Sportdirektors, des Geschäftsführersports und eben auch jetzt des technischen Direktors unterwegs. Und das mit gerade einmal 38 Jahren. Ganz interessant hier, Benjamin Schmedes hat auch Werder Vergangenheit. Denn von 2001 bis 2005 war er in der Werder-Jugend als Spieler aktiv. U17, U19, zweite Mannschaft. Kam damals von Hannover, ging dann wieder nach Hannover. Und danach endete er auch relativ zügig seine Fußballerkarriere. Umso besser konnte er sich aber dann auf seine Managementkarriere fokussieren. Und da hat er sich wirklich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Er war zuerst beim Hamburger SV Chefscout. Drei Jahre lang. Also auch das ist natürlich etwas, wenn du einen solchen Job drei Jahre lang machst, dass er es auf jeden Fall dafür sprichst, dass du ihn auch gut gemacht hast. Danach ging es für ihn weiter zum VfL Osnabrück. Da war er Sportdirektor. Hat sich hochgearbeitet zum Geschäftsführersport. Und deckt somit natürlich auch dann Erfahrungswerte ab, die man eben auch bei Werder Bremen benötigt. Denn natürlich ist auch die Position eines Geschäftsführers Sport nochmal etwas anderes als eines Nachwuchsposses, eines Chefscouts oder vielleicht noch eines technischen Direktors. Weil du ihm auch noch andere Themenfelder abdeckst. Auch da hat Benjamin Schmedes Erfahrung gesammelt. Und dann hat er eben auch den nächsten Schritt gewagt zu Vitesse Arnheim. Dort steht er seit Anfang 2022 unter Vertrag. Also haben wir hier einen Manager, der reichlich Erfahrung schon gesammelt hat. Trotz einem Alter, was noch nicht wirklich hoch ist. Und der auch vor allem gezeigt hat, dass er mit wenig Budget sehr gut arbeiten kann. Vor allem in Osnabrück war das wirklich richtig stark. Sein Vertrag in Arnheim läuft noch bis zum Saisonende. Also das würde durchaus ganz gut passen. Er fühlt sich dort aber sehr, sehr wohl. Das liegt auch daran, dass Vitesse Arnheim deutlich mehr finanzielle Mittel hat, als seine vorherigen Stationen und auch als sicherlich Werder Bremen. Trotzdem läuft es in der Eredivisie alles andere als gut. Denn Vitesse ist aktuell nur Tabellen 16 da. Also direkt bei den Abstiegsplätzen mit dabei. Vielleicht ist auch deswegen generell die Unzufriedener da. Oder auch die Lust da etwas Neues zu machen. Und dann könnte ich mir Benjamin Schmedes wirklich gut vorstellen als Manager im nächsten Sommer. Und über einen müssen wir natürlich dann auch hier diskutieren, wenn es um die Nachfolge von Frank Baumann geht. Und das ist logischerweise Clemens Fritz. Denn er ist wirklich der logische Kandidat. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall betiteln. Seit 2020 ist er ja Leiter Lizenzbereich. Zuvor war er Leiter der Scouting-Abteilung, davor Betreuer der Leihspieler. Also seit 2019 hat er Schritt-für-Schritt-Erfahrungen gesammelt. Und man hat ihn ja auch ganz bewusst immer mehr in diese Richtung Sportdirektor, Geschäftsführer, Sport sozusagen entwickelt. Grundsätzlich ist er ja bereits seit 2006 im Klub. Hat ja elf Jahre als aktiver Spieler hier verbracht. Und war eben zuletzt auch, oder ist es immer noch, die rechte Hand von Frank Baumann. Und damit haben wir natürlich hier auch jemanden, den man damit natürlich auch in- und auswendig kennt. Man weiß exakt, wie Clemens Fritz arbeitet. Und der eben auch schon in ein, zwei verschiedene Bereiche reingeschaut hat. Also die Nachwuchsabteilung wäre unter ihm sicherlich ein wichtiges Thema. Zudem eben auch der Scouting-Bereich. Und trotzdem ist es hier keine einfache Geschichte. Also auch Clemens Fritz muss sich hier auf jeden Fall noch zeigen. Denn es soll ein Auswahlverfahren geben. Und dieses muss eben dann auch Clemens Fritz logischerweise überstehen. Also nur weil er in den vergangenen Jahren die rechte Hand von Baumann war, plus sich eigentlich logischerweise in diese Bereiche entwickelt, heißt das nicht, dass er es auch automatisch wird. Denn natürlich gibt es auch ab und an immer mal wieder Kritik. Zum einen an seine Person, vielleicht auch an manche Aussagen, die er so tätigt, wo manche Fans nicht ganz so mit zufrieden sind. Aber eben auch an seiner Arbeit. Und da zweifeln viele daran, ob Clemens Fritz tatsächlich der Richtige ist für diesen Posten. Ich glaube, wenn man das machen will, dann bleibt oder dann ist es umso wichtiger, dass man mit Johannes Jans einen guten neuen Chef-Scout gefunden hat oder einen Kaderplaner gefunden hat, der dann sicherlich in Sachen Transfers wirklich auch vielleicht noch mehr Mitspracherecht bekommt, und dass Clemens Fritz diesen Geschäftsführer Sportposten verkörpern kann, als ehemaliger Bremer, als ehemaliger Kapitän war er, glaube ich sogar, zumindest Führungsspieler, das steht für mich außer Frage. Er ist jemand, dem man sich voll und ganz ergeben kann als nicht Werder-Bremen-Fan. Er verkörpert diesen Verein und trotzdem braucht es natürlich Qualifikation. Und deswegen bin ich der Meinung, würde es Bremen eher helfen, eine exzelle Lösung zu finden, um vielleicht auch den Schritt aus diesem Abstiegskampf rauszumachen und sich zu einem soliden Klub in der Bundesliga zu entwickeln. Und genau dafür habe ich dann zwei Kandidaten rausgesucht, die von den Medien, glaube ich zumindest, bislang noch nicht gehandelt worden sind. Und einer davon ist Sven Mislintat. In Fanforen, in Fankreisen wurde der Name auf jeden Fall schon diskutiert. Und ich denke mal, jeder von euch kennt auch Sven Mislintat. Denn er hat ja über Jahre hinweg von 2019 bis 2022 beim VfB Stuttgart eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet, hat den VfB von der 2. Bundesliga in die 1. Liga zurückgeführt. Und auch wenn natürlich dann in der vergangenen Saison Abstiegssorgen da waren, wie auch schon zuvor in der Spielzeit, waren da vor allem auch immer die Transfers ein wichtiger Faktor. Denn noch heute wird der VfB davon profitieren, was Mislintat dort getan hat, weil er eben vor allem auf sehr viele junge Spieler gebaut hat. Da ist natürlich dann am Ende auch so ein bisschen die Frage, warum ist die ganze Geschichte am Ende dann so schlecht ausgegangen mit Mislintat, mit diesen ganzen Geschichten drumherum. Und trotzdem bleibt für mich eine Sache stehen. Spieler wie zum Beispiel Girassi, wie Milo oder eben auch schon verkaufte Spieler, wie Mavopanos, wie Sosa. Das sind allesamt Spieler gewesen, die Mislintat entdeckt hat und für sehr viel Geld weiterverkauft hat. Und genau dieses Attribut ist, glaube ich, etwas, was Werder Bremen extrem helfen kann. Denn Mislintat ist generell jemand, der auch dann Trainer einstellt, die auf junge Spieler bauen sollen. Und das möchte man ja auch in Bremen wieder vermehrt sehen. Dieses Thema Transfererlöse wird sicherlich auch für Bremen in den kommenden Jahren nochmal umso wichtiger sein. Und Mislintat hat eben auch Erfahrung auf verschiedenen Positionen gesammelt. Denn bei Borussia Dortmund war er ja zum Beispiel erst Scout, dann Chefscout, dann Direktor Profifußball. Beim FC Arsenal war er Leiter der Scouting-Abteilung, beim VfB Stuttgart eben dann Sportdirektor. Und dann begann im Sommer ein Kapitel, was sicherlich jetzt den Namen Sven Mislintat nochmal etwas mehr ins Negative darstellen lässt. Denn er ging ja zum 19. Mai zu Ajax Amsterdam als technischer Direktor, hatte dort die große Aufgabe, den Kader umzubauen, einen Umbruch zu schaffen. Und Stand jetzt ist das natürlich komplett in die Hose gegangen. Mislintat wurde Ende September entlassen. Ajax ist im Abstiegskampf der ersten holländischen Liga, was man sich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren hätte niemals vorstellen können. Und viele Transfers von ihm waren auch nicht wirklich gut. Da ist dann vielleicht die Frage, ob Mislintat vielleicht dann doch nicht für diese Top-Top-Vereine geeignet ist, wo er vielleicht zu viel Geld hat und das trotzdem aber nur in etwas schlechtere Spieler investiert, die sich erstmal noch entwickeln müssen. Und das passt vielleicht dann eher zu Vereinen wie Stuttgart oder eben auch wie Werder Bremen. Klar, es gab auch dort noch die ganze Geschichte mit diesem Sosa-Transfer, mit den Verdächtigungen und der ganzen Story. Habt ihr sicherlich alle gehört, was für mich aber unterm Strich stehen bleibt. Vielleicht auch bedingt durch diese erfolglose Zeit bei Ajax, würde Bremen hier auch Chancen haben, Mislintat zu bekommen. Ich würde es auf jeden Fall probieren, denn das, was er bei Stuttgart oder auch zuvor in Dortmund gezeigt hat, sind einfach Dinge, die Werder Bremen extrem weiterhelfen kann. Und dann wollte ich ja noch mal einen Kandidaten hier mit reinbringen, den vielleicht manche von euch noch gar nicht kennen und der vielleicht auch in manchen Medien noch so nirgends gehandelt worden ist. Egal bei welchem Verein, egal auch vielleicht ob er ist oder zweite Liga. Und das ist Andreas Schicker. Ich habe mir vor einigen Monaten schon mal Gedanken gemacht, bei Schalkes Managersuche, wer dort passen könnte. Und genau da bin ich auf den Namen Andreas Schicker bereits gestoßen, vor einem guten halben Jahr. Und nun dachte ich mir, bei Werder Bremen, Da haben doch Österreicher auch eine gewisse Tradition. Da haben junge Manager vielleicht auch eine gewisse Tradition. Und da könnte doch auch Andreas Schicker der optimale Kandidat sein. Ihn habe ich auf jeden Fall schon länger auf meinem Zettel und weiß dadurch und kann euch auch damit bestätigen, dass wir hier einen Sportdirektor haben, einen Geschäftsführer Sport haben bei Sturm Graz, der wirklich tolle Arbeit macht. Werden hier eine komplett exklinie Lösung, er hat weder als Manager noch als Spieler irgendeine Verbindung zu Werder Bremen gehabt. Was vielleicht aber auch gar nicht mal so verkehrt ist. Er würde komplett frischen Wind mit reinbringen. Als Profifußballer hat er über Jahre hinweg bei verschiedenen Vereinen in Österreich gespielt, bei Austria Wien, beim SV Ried, bei Admirawaka und so weiter und so fort. Da hat er sehr viel Erfahrung auch in der ersten Liga gesammelt und ist eben dann ja relativ zügig auch vom Spieler zum Manager, zum Co-Trainer geworden. Er war nämlich erst bei Wiener Neustadt Co-Trainer, wurde dann zum Sportdirektor und ist dann 2018 zu Sturm Graz gewechselt. Da war er bis 2020 Chefscout und seitdem ist er Geschäftsführer Sport, hat das am 1.5.2020 übernommen und macht das somit seit nunmehr als dreieinhalb Jahren. Sein Vertrag, der läuft noch sehr, sehr lange in Graz bis 2026, denn mit seiner Arbeit ist man dort unglaublich zufrieden. Er hat nämlich zum einen ein super Auge für junge Spieler, diese schon früh zu entdecken. Rasmus Heulund ist hier sicherlich das berührendeste Beispiel, mittlerweile beim Manchester United unter Vertrag und was man von ihm auch immer wieder hört, er hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu seinen Spielern. Also er ist jemand, der wirklich offen auch dafür ist, mit Spielern zu reden, auch ein offenes Ohr zu haben für diese Spieler, war aber trotzdem eine gewisse professionelle Distanz und hat noch bei Graz gezeigt, dass er Umbrüche stemmen kann, denn als er damals bei Graz diesen Posten des Geschäftsführersports übernommen hat, war man da nicht so richtig sicher, in welche Richtung sich der Klub entwickelt, denn Sturm Graz war damals, ja zwar im oberen Mittelfeld mit dabei, der Kader musste aber komplett umgebaut werden und diese Challenge hat Andreas Schicker geschafft. Er hat eine klare Spielphilosophie mit dem Trainer entwickelt, hat vor allem auch auf junge Spieler gebaut und hat, stand jetzt, als Geschäftsführer Sport Sturm Graz auf Tabellenplatz 1 geführt. Man steht vor, Red Bull Salzburg, die sind zwar relativ knapp dahinter, aber das zeigt einfach, welche Entwicklung Sturm Graz unter ihm genommen hat und deswegen bin ich mir sicher, wird Andreas Schicker auch in Deutschland sehr, sehr gute Arbeit machen, wenn man auch aus Werder Sicht den Mut hat, man etwas anderes zu machen, eine komplett externe Lösung ja eben auch dann zu installieren. Andreas Schicker könnte meiner Meinung nach richtig gut passen. Und somit sind das meine fünf Manager-Vorschläge für Werder Bremen. Natürlich gibt es auch noch weitere Kandidaten, über die man diskutieren kann. Ich habe auch durchaus über Fredi Bobic nachgedacht, aber da schwingt für mich diese Hertha-Geschichte einfach noch zu sehr negativ mit, dass das passen kann, aber über ihn wird ja auch zumindest bei den Fankreisen viel diskutiert. Olaf Rebbe wurde ja auch ins Spiel gebracht, der hat aber erst jüngst bei Nürnberg langfristig verlängert, hat eine Bremer Vergangenheit, glaube ich aber trotzdem nicht dran. Thomas Eichin hatte ich sogar auch auf meinem Zettel. Auch der wird ja von einigen Fans mal angerissen, aber ich wollte ganz bewusst diese fünf Kandidaten mitbringen, um auch vielleicht verschiedene Profile zeigen zu können. Und jetzt interessiert mich mal, welchen Sportdirektor, welchen Geschäftsführer, Sport, welchen Manager ihr denn bei Werder Bremen am ehesten sehen würdet als Nachfolger von Frank Baumann. Schreibt das und weitere Ideen für Videos mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.